Der innere, faule Schweinehund, der ist ganz schön schlau. Ja, und er ist gewiebt und kennt viele Tricks, uns zurückzuhalten, uns am Tun zu hindern, zu verhindern, dass wir in Bewegen kommen, tatsächlich in Bewegen kommen. Und gibt es da was, um den inneren, faulen Schweinehund zu überlisten? Ja, da gibt es ein paar Tricks und die möchte ich euch heute mitgeben als Learning, damit ihr in Zukunft schlauer seid wie euer innerer, faule Schweinehund. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trinbacher, deinem Performance-Coach. Und ich werde immer wieder gefragt, Andreas, wie kann man es schaffen, den inneren, faulen Schweinehund zu überlisten? Dieser Punkt, 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 Sohn schafft es immer wieder, mich zurückzuhalten? Schafft es immer wieder, mich am Tun, am Tun, am Umsetzen zurückzuhalten, mich zu blockieren, mich auszubremsen? Was kann ich tun, dass dieser Kerl endlich Ruhe gibt? Ja, der innere, faule Schweinehund, was ist der überhaupt? Wissenschaftlich belegt ist das nichts anderes, wie unser Energiesparmodell. Dieses Abwägen, wenn ich das jetzt tue, was kostet mich das Energie, was bringt es mir? Und wenn ich nichts tue, was habe ich davon? Und der innere, faule Schweinehund ist so programmiert, dass er uns zum Energiesparen verdammt hat. Das heißt, der Mensch ist ein Energiesparmodell. Bei allem, was wir tun, läuft unbewusst die Rechnung durch. Hm, Kosten-Nutzen-Faktor. Was kostet es mich? Und welchen Nutzen habe ich? Und ganz oft ist für uns rein rechnerisch, der Nutzen, bei weitem nicht so viel wert, wie das, was es uns kostet. Und aus diesem Grund ist bei vielen Menschen der innere, faule Schweinehund maximal ausgeprägt. Und jetzt ist die große Frage, wie können wir diesen inneren, faulen Schweinehund überlisten? Ja, 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 ja. Wie kriegen wir das am besten hin? Da habe ich ein paar Tipps, wenn es um das Thema Bewegung geht, wenn es um das Thema Sport geht. Ich selbst mache das natürlich auch so. Ich praktiziere das schon seit Jahren so, dass ich erstens mal immer eine feste Zeit vereinbart habe innerlich für mein Training. Wann trainiere ich? Es ist mir auch schon klar, was ich trainieren werde. Und es ist mir auch klar, wie lange ich trainieren werde. Und es ist mir klar, wo ich trainieren werde. Und wenn diese www-Fragen geklärt sind, ist schon mal ein ganz großer Schritt getan. Warum? Weil wir dann keine Entscheidung mehr treffen müssen, was wir tun. Ihr kennt das vielleicht. Ihr habt euch vorgenommen, ihr wollt heute trainieren gehen. Aber irgendwie habt ihr keine Zeit, habt ihr euch keine Zeit vorgenommen. Ah, nee, jetzt nicht. Okay, in einer halben Stunde. Ah, nee, jetzt geht es auch nicht. Und dann, aber was soll ich heute trainieren? Ah, ich weiß nicht, was ich heute trainieren soll. Und schon ist es weg. Und schon ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nichts tun werden, dass wir nicht in die Bewegung kommen, ist sehr groß. Also hier ganz klar, einmal entweder wochenweise vorplanen, vier wochenweise vorplanen, eintragen in den Terminkalender, wann wird trainiert und was wird trainiert und wo werde ich trainieren. Ganz wichtige Aufgabe zur Nummer eins. Nummer zwei. Ein großer Vorteil hat das frühmorgendliche Training. Wenn man tatsächlich frühmorgens geht. Das heißt, ich muss den ganzen Tag nie mehr darüber nachdenken, ob ich heute tatsächlich trainieren gehen muss, sondern ich habe es schon getan. Der grüne Haken ist hinten dran. Denn ganz oft passiert es, dass wir abends, dann, wenn wir energetisch erschöpft sind, weil wir schon viel gearbeitet haben, entweder geistig oder geistig-unkörperlich, schon viele Entscheidungen getroffen haben, dass dann die abendliche Entscheidung folgendermaßen ausfällt. Ich sollte jetzt noch trainieren gehen. Boah, aber ich bin schon so müde. Okay, ich fahre nach Hause. Ich fahre nach Hause, mache die Tür auf, ziehe die Jacke aus, setze mich aufs Sofa, Viertelstunde später. Nein, ich werde heute nicht mehr trainieren gehen. Ich bin so müde. Ich bin so leer. Somit einmal frühmorgendes Trainieren. Wenn du nicht um sechs oder um sieben oder um acht direkt am Arbeitsplatz sein musst, dann sagst du, du hast eine flexible Arbeitszeit, dann geh morgens ins Fitnessstudio oder mach morgens deinen Workout zu Hause oder geh morgens raus zum Laufen. Riesenvorteil. Der Tag kann laufen, wie er will. Du hast dein Training schon hinter dir. Und somit kannst du deinem inneren faulen Schweinehund deinen berühmten Finger zeigen, kannst du sagen, ich habe dich schon. Du wirst heute nicht mehr mächtig sein, sondern ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich war heute Morgen schon Sport machen, habe mein Investment in mich betrieben. Ja, geht's gut. Ich bin durch. Dazu bitte nicht vergessen, wenn man morgens trainieren geht, sollte man entsprechend seine Sportsachen gerichtet haben. Denn auch das kann tatsächlich ein Vorteil für den inneren faulen Schweinehund sein, wenn wir morgens noch überlegen, boah, wo ist jetzt meine Hose, wo ist meine Tasche, wo sind meine Schuhe, wo ist mein Handtuch, wo sind meine Strümpfe, meine Unterhose, wo ist meine Trinkflasche. Ja, und dann sind wir morgen schon wieder im Stress und rennen in der Gegend rum, wo ist was, und jemand denkt, nee, jetzt ist es zu spät, oh, jetzt reicht es nicht mehr. Jetzt ist es schon wieder, nee, jetzt mache ich es nicht mehr. Auch hier die Vorbereitung auf den Sport, ganz klar krasser Vorteil gegenüber den inneren faulen Schweinehunden. Denn wenn wir morgens die Energie aufwenden müssen und die Zeit läuft uns davon, dann kann es sein, dass die Entscheidung irgendwann mal gefällt wird, nein, wir machen nichts mehr. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn man abends trainieren geht. Wobei abends gegen zu spät ist es eher weniger sinnvoll, weil der Biorhythmus sich dagegen wehrt, weil unsere Hormonsekretion gegen Abend, gegen Dunkelheit, gegen Nacht sich auch schlafen vorbereitet. Wenn wir dann noch trainieren gehen, kann das gegen den Biorhythmus sein und das kann dazu führen, dass wir danach nicht gut schlafen, dass wir vielleicht auch kein gutes Training haben und nicht gut einschlafen können, nicht gut durchschlafen können, weil wir den Körper unter Stress gesetzt haben, unter körperlichem Stress, unter Anstrengungsstress, durch Training, durch einen zu hohen Puls haben wir natürlich blockiert, dass der Körper ausreichend Schlafhormone produziert. Auch das kann passieren. So mit meinem Empfehlen natürlich auch, nimm deine Sporthasche mit und die muss auf dem Beifahrertisch sitzt stehen. Die darf nicht hin im Kofferraum stehen. Die muss auf dem Beifahrersitz stehen, sodass, wenn du nach Hause fährst, stell die Tasche neben dir und somit fährst du bitte unmittelbar nach der Arbeit direkt ins Fitnessstudio oder du nimmst deine Laufschuhe mit und gehst direkt laufen. Denn wenn du einmal zu Hause warst und du läufst dann so, du machst die Tür auf, du hängst deine Jacke ab, du läufst rein, dann siehst du links das Sofa. Es ist schon 19 Uhr, du hast heute ein bisschen länger gearbeitet, das ist 19 Uhr. Dann setzt du dich hin, isst vielleicht sogar noch was und was sagt dein Körper dann? Ey, Kollege, trainieren heute. Vergiss es. Vergiss es. Wir sind müde, wir sind ausgepaut, wir sind ausgelaugt. Und dann passiert es ganz oft, dass Menschen eben nicht mehr, nichts mehr machen zum Thema Bewegung. Wieder auf dem Sofa liegen bleiben, auf dem Sofa sitzen bleiben und wieder einmal hat der innere, faule Schweinehund gewonnen. Wie schon so oft war er viel, viel mächtiger als wir. Genau deswegen, mein Wunsch, meine Empfehlung an euch, an dich, wenn du morgens nicht trainieren kannst, weil du vielleicht um sieben schon im Geschäft sein musst und dann ist es einfach viel zu früh, schon um vier Uhr aufzustellen und trainieren zu gehen, dann nimm deine Sporthasche mit, in der Sporthasche alles gerichtet und fahr auf dem Nachhauseweg directly ins Fitnessstudio, geh nach oben, trainiere, da wirst du sehen, du bist dann um 18 Uhr, 19 Uhr oder um 20 Uhr fertig, dann hast du den Heimweg, du kannst runterkommen, du kannst relaxen, du kannst noch was essen und du hast gewonnen. Du hast den Kampf gegen deinen inneren Schweinehund gewonnen, weil du taktisch klug vorgegangen bist. Das wären meine Empfehlungen, also wenn man morgens trainieren geht, direkt morgens, großer Vorteil, der Tag kann kommen, egal was passiert, du hast schon trainiert. Morgens bitte dafür sorgen, dass man abends schon, für den nächsten Morgen, wenn man trainieren möchte, auf jeden Fall seine Sportsachen gerichtet hat, dass man nichts mehr suchen muss, dass man direkt anfangen kann. Entweder zu Hause, im Home-Fitness oder im Outdoor-Workout oder auch im Fitnessstudio. Das nächste wäre, wenn du gut und klug planen kannst, dann geh unmittelbar nach deiner Arbeit directly ins Fitnessstudio. Du hast die Tasche auf dem Beifahrersitz stehen, da ist alles drin. Auch diese Tasche richtet man immer am Abend zuvor. Dazu noch ein kluges, ein sehr, sehr, sehr kluges Zeitmanagement, dass wir uns wochenweise, für mehr als auch vier Wochenweise, immer unsere Trainingstermine eintragen, als wichtigen Termin und alle Dinge außenrum herum planen. Auch dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen deinen inneren, faulen Schweinehund taktisch gewinnst. Und genau darum geht es. So, ihr Lieben, das war ja heute mal wieder das Thema innerer, faule Schweinehund zu überlisten. Welche Technik gibt es? Und ich hoffe, dass da was für euch dabei ist. Und ja, setzt es um. Es ist nie zu spät. Fangt an. Ja, es kommt Weihnachten, es ist völlig wurscht. Es ist nie zu spät, jetzt einzusteigen. Jetzt zu sagen, hey, er hat recht, lass mich das mal so angehen. Ab sofort plane ich mein Training. Dreimal die Woche, direkt morgens oder unmittelbar nach der Arbeit. Und dann mach das mal vier, sechs Wochen, bis du eine Routine hast. Und dann sagst du, hey, du drehst dich um, schaust nach hinten, denkst, da bin ich mal früher gestanden. Und hab gedacht, es geht nicht. Und doch geht's. Ich hab's geschafft. Ich habe gegen meinen Schweinehund, meinen inneren, meinen faulen Schweinehund, habe ich gewonnen. Und es war gar nicht so schwer, wie ich mir's vorgestellt habe. So, ihr Lieben, das war's. Von meiner Seite aus. Und ja, wenn du jetzt sagst, Andreas, was? Ja, das ist schön. Aber nichtsdestotrotz brauche ich einen Coach. Ich brauche jemanden, der mir ganz genau sagt, was soll ich trainieren, wann soll ich trainieren, wie mache ich das am besten, damit mir gemeinsam mein Zeitmanagement durchgeht, der mir genau zeigt, welche Art von Training für mich wichtig ist, auf was ich Rücksicht nehmen soll, sodass ich fehlerfrei trainieren kann, verletzungsfrei trainieren kann, sodass ich unterm Strich auch mein Ziel erreiche, was ich bis heute noch nicht erreicht habe. Bist du bereit? Würdest du mit mir den Weg gehen? Dann sage ich dir, ja, eindeutig, das ist mein Job. Das würde ich sogar sehr, sehr gerne machen. Und jetzt sagst du, Andreas, ja, wie kommen wir denn zusammen? Das ist relativ einfach. Und zwar gehst du nach unten in die Shownotes unter Bemerkungen. Da findest du die Page von mir. Und in der Page kannst du dir deinen unverbindlichen, kostenfrei, einen Erstberatungs-Termin raussuchen und kannst sagen, so, jetzt will ich es wissen. Jetzt möchte ich erst mal wissen, was kommt auf mich zu? Welche Strategie fahren wir? Wie stellst du dir das vor, Andreas? Was können wir tun? Da kannst du dich jetzt für deinen Termin eintragen. Und ich freue mich, in Kürze von dir zu hören. Mach's gut, bis bald. Andreas Rienbacher, dein Performance-Coach.